Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge und ja, wie ihr es schon seht, wir sind unterwegs, denn wir sind auf dem Weg zum Model 3 Treffen nach Fülder. Also dann, viel Spaß bei der heutigen Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.